Gegen Luca, Rohle, K.A.V. Mannsfelder Land. So, runter! Willst du schieben lassen? Ich hab den Kopf ohne lassen. Willst du schieben? Ja! Micky, Vorsicht! Und schieb ihn! Voll, Alter! Um die Hüfte! Um die Hüfte! Alter! Alter! Schieb! Mitschieben! Mitgehen! Mitgehen! Um die Hüfte und dann schieb! Um die Hüfte und dann schieb! Nick, um die Hüfte! Jawohl! Gut! Nick, los! Nick, ruhig! Nick, ruhig! Lass dich! Nick, hilf! Los, komm! Ferber, los! Und hinten rein! Hinten rein! Den Kopf sperren! Weiter! Weiter! Jawohl! Nick! Nick, pass auf! Pass auf! Nick! Aufpassen! Aufpassen! Vorsicht, Trömo! Aufpassen! Nick! Nick! Auspassen! Selber! Komm! Hinten rein! Selber! Komm! Hinten rein! Hinten rein! Hinten rein! Warte! Nicht! Nicht! Und jetzt hin! Herr Weih! Super! Schön! Schlangen rein! Hinten rein! fazij ist Hinten ran! Hinten ran! Hinten nicht runter! Jawohl! Super! Nikas ist bald vorbei! Kampf Nummer 51 aus Magdezwein. Max Paul Feldknecht, SV Werniger Rote gegen Luca Roling K.A.V. Mannsfelderland. Ist bereits nicht so. Kampf Nummer 52, Lukas Schmal, SV Lüblin gegen Arasch, Quaschini SV Dessau. Bleib weg! Bleib weg! Nik, bleib weg! Nik! 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 Pass auf! Nik! Schön drehen! Hinten rein! Jawohl! Kopf sperren! Ja, genau! Nächste Lund! Luka! Wuhuuu! Aus Mitte 1, Kampf Nummer 52, Nächste Luka Schmal, SV Lüblin gegen Arasch, Quaschini SV Dessau. Nächste Lund! Nächste Lund! Nächste Lundersal! Nächste Lundersal!